also fokus auf warum ist da eine fackel ja ja fokus auf techbaum in dieser folge unter nächsten und eventuell übernächsten und hallo jedi auf dem dach also techbaum brauchen wir die zweite reihe von unten eigentlich für irgendwas sinnvolles in absehbarer zukunft besseres bett für den aufzug das dauert auch noch sehr lange und fürs lager und das dauert noch sehr 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 viel länger ja nö eiserne spitzhacken eisen eisen wir haben nicht besonders viel eisen also werden das nicht allzu viele spitzhacken werden du ausgerüstet sehr gut moment war silber spitzhacken bekommen bergbau 3 2 hier bitteschön die silber spitzhacken wo auch immer die her kam wahrscheinlich aus einem der geschenke aber da sage ich nicht nein unser zwerg 1 hat ja auch schon einen dezenten helmen vorteil können wir noch eine silber axt bekommen rüstung hat jeder ein leder helm richtig richtig jeder hat leder schuhe alles gut ok neue aufgabe baue eine laterne rüste eisenachs ausbauen komisches fenster erforsche die tiefen fehlen noch zwei kriegen wir ein eimer und stuhl für koche ein fischeintopf platziere dazu ein käfig oder eine falle im weg der feinde warte mal bauen wir dich mal ab wir hatten eigentlich schon ganz viele fallen im weg gebaut haben wir so welche noch über da holzfalle so dahin mit schön mit schön mit schön mit schön mit schön mit schön weil jede nacht halt von da die unten toten kommen und die kleinen wuscheligen männchen die müssen auch mal wieder töten also die falle vielleicht nicht bauen das ist zu weit da dran schütze dein heim fertig also die fakta muss auch weg und da muss eine leiter gleich hin wir haben aber keine leiter mehr das ist nicht schlimm leiter 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 so für den teckbaum würde ich eigentlich ganz gerne auch dieses die eisenachs erforschen dafür bräuchten wir mehr eisen kampf ach so hier ok du kohle ersetzen kohle brauchen mich auch hier ist richtig schön viel eisen jungs hört mal kurz hier auf ihr kriegt hier ein portal hin geh nach rechts geh nach links geh nach rechts ja tschuldigung jungs hier bitte runter graben und dann nicht hier alles abbauen so dafür kriegt ihr noch schöne neue eisenpickäxte hier ist noch mehr aber hier unten sind auch gegner ach ne das war es nur du und die sind schwach ok ja das ist der plan wir bauen jetzt ganz viel eisen ab bauen dann die eisenpickäxte wir bauen dann die eisenexte hier oben könnten wir auch mal so so machen was war noch im teckbaum also die eisenaxt haben wir gerade einen großen tisch haben wir danach schrank schrank mit glastüren buchregal kompass zauber werkstatt werkstatt ist interessant brauchen wir nämlich auch für die steinwelle und dann haben wir die steinwelle endlich und können damit anfangen richtige mauern zu bauen sehr gut wie war das jetzt mit der ziegelwand aus der denn primär das fort bestehen soll also hier ganz oben zweite reihe von oben aber es ist wenigstens in der richtigen ecke bei den rüstungen und waffen da macht es auch sinn hinzu arbeiten also müssen wir echt die fenster bauen ach so haben wir es auch schon vorbereitet aha der georgon aus der vergangene hat was richtig gemacht bau da ein fenster bau da noch so ein fenster die zwerge sind hungrig oh stopp euer volk verlangt nach tabak was du du so so jam jam steak und fett wo genau gleich wieder ersetzen die doofen fenster die wollen wir nämlich gar nicht haben so na ha 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 stopp 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 ich bau da gleich wieder eine wand hin das sehe ich jetzt schon kommen genau so und so ist richtig das macht das eisen hm und warum läufst du wenn da ein portal ist fragen über fragen na gut doppelte geschwindigkeit chop 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 so das da oben kann auch weg dafür kriegst du ein neues scuff holding die da hinten können ersetzt werden mhm na hinten ist nicht ganz so viel Erz das passt schon da unten hätten wir noch silber müsste das sein was wir ja auch bald brauchen werden ersetzen 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 wird doch langsam da könnt ihr gleich wieder zumachen da könnt ihr zumachen da könnt ihr zumachen kriegt doch hier unten ein neues portal wenn das ganze schneller geht das andere ist ja eh gleich zu genau jetzt das ersetzen das ersetzen alle ressourcen bitte rausbringen nicht dass da irgendwas kaputt geht beim ersetzen da zu machen du weg du ersetzen da alles zu 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 das ist doch eine schöne mining aktion gewesen er hat sie raus geholt alles einigermaßen zugebaut wenn ich irgend zwerg im weg stehen würde danach ein kleines kaffeekränzchen was zur hölle macht ihr da jungs zu lange alleine in der mine ähm f1 wir wollen hier hinten abbauen was hier so ist nicht genug erforscht okay dann dich töten da ein portal ah da ist wasser ganz schön viel wasser sogar das ist gut dann machen wir hier einfach auf warum läuft ihr da jetzt alle hin und geht nicht durch das portal und geht durch das andere portal und ah da ist zu warum lauft ihr jetzt alle mit der rum und schwert dahin wenn ihr gar nicht da durch könnt warum schreit ihr nicht sehr verstörend jetzt laufen sie alle wieder zurück ich sollte die kampfbefehl da aufheben genau jetzt haben sie auch wieder ton also macht das da weg macht das da weg geht in das portal tötet das ding und dann könnt ihr ganz viel wasser abbauen und einen komischen kristall so hier hinten ist wirklich alles soweit fertig genau muss noch zugemacht werden du wirst angegriffen was wow wow hey hey ganz ruhig das war ganz schön nah dran an zu hause und worauf schlagen die beiden da gerade ein wo ist die tür da ist die falsche da tür die leiter wollen wir auch noch setzen genau so leiter dahin tür bitte einsacken damit wir sie gleich wieder aufstellen können das alles weg so mining aktion hier sammel wasser am besten sollten das mehrere machen wir können nicht mehrere auf einmal beauftragen glaube ich obwohl doch mit einem scuffholding vielleicht weil scuffholdings sind doll ok da kommt der erste der macht aber das falsche na gut jetzt hat der wasser portal ist noch eine minute da warum sind hier bauaufträge im boden das ist komisch okay ersetzt das eisennetz macht zu kriegt es doch ein portal ah es sieht schon viel besser aus alles wasser weg wir brauchen ganz viel wasser für stuck und suppen und all so ein gedöns und in 5 minuten kommt eine welle ok nicht nicht abbauen nicht nicht ihr sollt wasser schippen könnt ihr kein wasser schippen achso weil keine Eimer über sind ja ok portal dahin schnee weg neue tür bitteschön wir wollten auf den techbaum achten da hatte ich was gesagt ne runder spiegel ok glas haben wir eisen zwischen haben wir auch bauen wieder ein hässliches fenster das kurzfristig dahin gebaut wird können wir die fenster einfach auch draußen irgendwo hin bauen baue runde spiegel ach das sind spiegel und kein fenster ok trotzdem weg deckbaum dekorativen spiegel unsere zwerge sind echt total komisch mir fällt immer wieder der vergleich zu den duofortis zwergen ein das ist so ein hammer weiter unterschied aber gut was wollten wir noch genau wir wollten darauf achten dass die brutal nicht was machst du da im wasser das ist sehr komisch von dir sammelwasser sammelwasser vor allem ist da auch keiner trinken nachricht oder so ne oh oh ja lord hämtchen auf ihn auf ihn schöpf 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 das kann weg das kann weg die folie hier unten sieht noch recht einladend aus na komm holen wir die kohlen uns auch noch kurz so kriegt dann ein paar scapholing damit ihr schön klettern könnt so das ganze wasser muss weg und dann können wir hier hinten an das eisen ran und das hier über und überhaupt und noch drei minuten wüsst ihr wieder kommt neues portal da na ups ne problem neues portal dahin scapholing aufs portal rauf das alles weg das alles weg das weg das schaffen wir nicht in drei minuten aber ist auch nicht so schlimm wir machen dann einfach diesen Sammelbefehl da ist er Sammelhorn den machen wir dann irgendwo hier in der Basis warten dass die Wellen kommen und rennen dann raus äh wir haben einen Überläufer Verräter nein 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 das wollte ich nicht ich wollte den Zwerg anklicken hallo genau geh einfach nach Hause ganz ruhig nach Hause du bist ein sehr komischer Zwerg was hast du da hinten gemacht bestimmt wieder irgendeine Ressource aufgesammelt ach ok zwei minuten Portale müssten noch soweit in Ordnung sein neue scapholdings ersetze Kohle ersetze Eisen mehr scapholdings da unten ist die nächste oh sehr schön und da ist die nächste und die nächste und die nächste und wir können ganz viel graben sehr schön oh tolles Bett da gucken wir mal runter das und das und das und das und das so und da ist dann bestimmt wieder ein Beholder oder so das heißt das graben wir noch nicht auf da warten wir erstmal 1 Minute 50 und dann passt das so du kannst weg du kannst ersetzt werden ersetze Eisen 1 Minute 30 Portal hält nur noch eine Minute also machen wir mal hier ein neues Portal ersetze Eisenherz ersetze Eisenherz so und dann keine neuen Aufträge mehr hier unten das könnte einigermaßen hinhauen hier ist wieder ganz viel Schnee gewachsen das ist ok und wenn ich mir die Erfahrungspunkte so ansehe wenn wir genug Skelette bekommen dann könnte der Skelette ein Level Up werden und damit Zwerg Nummer 9 so 50 Sekunden haben wir eigentlich irgendwas an neuer Ausrüstung? Nö wir könnten eine Eisenachs noch schnell basteln für den technologischen Fortschritt aber das bringt uns nicht so viel trotzdem wäre es schön davon ach neun zu haben kein Holz mehr tadaaa jetzt haben wir Äxte für neues Holz so schließt sich der Kreis singt ja wir haben eine Eisenachs ausgerüstet jetzt haben wir noch viel mehr ausgerüstet das ist aber ihrer und dann können wir noch alles dann können wir uns nicht so ein Schauspieler drehen wir uns nicht so ein Schauspieler werfen? Vielen Dank.